Grenzen setzen und Nein sagen. Hallo neue Heldin, hallo neue Held. Heute möchte ich euch Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie ihr es ab jetzt schafft, gut für eure Bedürfnisse zu sorgen. Ja, Grenzen zu setzen, Grenzen zu kommunizieren und das bedeutet überhaupt nicht, dass ihr ab jetzt anderen eine kalte Schulter zeigen müsst oder irgendwie mit so einer LMA-Einstellung durch die Welt läuft. Ganz im Gegenteil. Es geht sogar darum, Menschen für sich mehr zu gewinnen, indem du für dich und für andere klar bist, das was geht und das was eben nicht geht. Also angenommen, dein Chef knallt dir immer wieder Aufgaben auf den Tisch, die einfach nicht deine sind oder die zu viel sind. Oder möglicherweise hast du einen Kollegen, der immer wieder zu spät zu Meetings kommt und vielleicht sogar unvorbereitet ist und du hast das bisher mit dir machen lassen. Möglicherweise hast du auch schon mal einen Vertrag unterschrieben, wo ein Absatz drin war, der dir irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl gemacht hat. Aber du hast dir bisher nicht getraut zu sagen, dass du das gerne überarbeitet hättest. Vielleicht räumen deine Kinder auch endlich noch nicht selber die Spülmaschine ein oder dein Partner macht möglicherweise auch mal blöde Sprüche über dich vor anderen, wo du denkst, das ist eigentlich nicht okay. Aber bisher hast du dich nur heimlich und still geärgert und nichts dagegen gesagt. Vielleicht gibt es auch einen Freund oder einen Kollegen, der dich einfach immer zulabert. Möglicherweise auch mit miesen Geschichten, der dir die Laune verdirbt. Und bisher hast du das mit dir machen lassen, hast es vielleicht auch ertragen. Und ich möchte dir heute hier Tipps und Tricks und vor allen Dingen das richtige Mindset an die Hand geben, wie du es ab jetzt schaffst, zu all dem Nein zu sagen und damit Ja zu dir. Mir geht es darum, dass du schaffst, einen Raum für dich zu schaffen, in dem du dich pudelwohl fühlst und in dem du dann aus deiner Stärke heraus das für andere tun kannst, was du möchtest. Wir werden darüber sprechen, wie du Grenzen definierst, wie du lernst, Grenzen zu kommunizieren und wie du es schaffst, Grenzen einzuhalten, auch mit Konsequenzen. Am Schluss habe ich noch einen Profitipp und auch noch einen Geheimtipp für dich. Aber vorher müssen wir erst mal über das richtige Mindset sprechen. Denn es hilft ja nicht, dass du irgendeinen coolen Spruch auf den Lippen hast, wenn deine Augen sagen, ich traue mich nicht. Ich möchte, dass du es schaffst, ein Mindset für dieses Nein sagen zu haben, was dir total gut tut, sodass du das aus einer Natürlichkeit, aus einer Stärke, aus einer inneren Klarheit heraus tust. Hier noch so eine kleine Gebrauchsanweisung für diesen Podcast. Also wenn wir hier über Grenzen setzen und Nein sagen sprechen, dann geht es mir darum, Verhaltensweisen von Menschen zu verändern oder sie für neue Verhaltensweisen zu gewinnen, die aber vorher prinzipiell im Rahmen des Akzeptablen lagen. Das bedeutet, es geht mir hier nicht um Straftaten. Also wenn du genötigt wirst, wenn du geschlagen wirst, wenn du misshandelt wirst, auch psychisch, dann wehre dich und wehre dich natürlich anders, viel klarer, viel entschiedener. Sage Nein, Stopp oder hör auf und geh bitte sofort zur Polizei oder nimm dir einen Anwalt. Schütze dich und wenn nötig, flüchte davor. Dieser Podcast hier geht wirklich darum, Menschen, die prinzipiell um dich herum ein Verhalten an den Tag legen, was erstmal relativ normal ist. Also wenn dein Chef oder deine Chefin dir zu viel Arbeit gibt oder wenn deine Kinder immer noch nicht das Zimmer aufräumen, obwohl du das von ihnen erwartest. Wenn Menschen dich zulabern, wo du eigentlich mit den Augen rollst. Es geht mir um solche Situationen, Situationen, die prinzipiell im Rahmen des Akzeptablen liegen, die aber dir natürlich auf Dauer nicht schmecken müssen. Und ich wünsche dir, dass du mit diesem Podcast lernst, für dich auf deine Bedürfnisse zu achten und anderen klarzumachen, welches Verhalten dir gefällt und wie man mit dir umgehen sollte. Zunächst frage ich dich, was glaubst du denn, wie gefährdet bist du, eher die Bedürfnisse anderer in den Blick zu nehmen als deine eigenen? Es gibt viele, die haben das erstmal gar nicht so auf dem Schirm, wie sehr sie bisher dazu neigen, es anderen recht zu machen. In unseren Talent- und Führungskräfteseminaren machen wir meistens so einen Test zum Thema Antreiber. Viele, viele haben dann leider doch diesen Antreiber, es gerne anderen recht zu machen und im Zweifel eher den anderen als sich selbst. Ihnen wird dann klar, dass zum Beispiel die Mama früher auch immer für andere das gekocht hat, was denen schmeckt, aber ihr eigenes Lieblingsessen kam für sie selber nie auf den Tisch. Oder sonntags haben möglicherweise deine Eltern alles für die Kids gemacht und hatten nie Zeit für sich und haben dir das vor allen Dingen vielleicht auch immer vorgehalten, dass sie es immer für andere tun. Mittlerweile kennst du vielleicht auch Kollegen auf der Arbeit, die ständig Arbeit von anderen übernehmen und dann sagen, dass sie überhaupt nicht zu ihren eigenen Sachen kommen. Und vielleicht trifft das möglicherweise schon längst auf dich auch zu, weil du diese Menschen als Vorbilder hast, weil du eben auch möglicherweise längst ganz viele Dinge für andere tust und überhaupt nicht zu deinen Dingen kommst. Es kann sein, dass du ausgenutzt wirst und es könnte sein, dass das nicht die Schuld der anderen ist, sondern wahrscheinlich auch deine, weil du anderen einfach nicht klargemacht hast, wo die Grenze ist. Ich habe da zunächst eine gute und auch gleichzeitig eine schlechte Nachricht an dich. Wenn du bisher versucht hast, es allen anderen recht zu machen und wenn das bisher so dein starker Antreiber war, hast du das vielleicht auch getan, um von anderen gemocht zu werden. Ja, die gute und gleichzeitig schlechte Nachricht ist die, die Menschen um dich herum haben dich sehr wahrscheinlich nicht lieber als andere, die all das nicht für sie tun. Es ist überhaupt keine Notwendigkeit, all dies für diese Menschen zu tun, damit sie dich lieb haben. Sie werden dich wahrscheinlich genauso lieb haben, wenn du vieles nicht mehr für sie tust. Spannenderweise werden sie dich sogar manchmal lieber haben und das ist wirklich verrückt, wenn du bestimmte Dinge für sie nicht mehr tust, wenn du dich rarer machst, wenn du klare Grenzen setzt. Aber dazu kommen wir später. Ein häufiger Denkfehler, den wir machen, vor dem Grenzen setzen, ist, dass wir denken, na die müssen das doch merken. Also mein Chef muss doch merken, dass das alles viel zu viel Arbeit ist. Jetzt mal ehrlich, wenn du das alles immer wieder schaffst und für ihn oder sie möglich machst, dann merken sie, dass das geht. Wenn dein Kollege dich immer wieder voll labert, der muss doch merken, dass du eigentlich gar keinen Bock hast, dir das anzuhören. Naja, aber möglicherweise lächelst du die ganze Zeit noch, du versuchst tapfer zu sein und du hörst es dir immer wieder an. Was merkt derjenige? Na, dass man das mit dir machen kann, dass du dir es anscheinend gerne anhörst, sonst würdest du ja auch was tun. Wenn du samstags keine Arbeit übernehmen wolltest und derjenige oder diejenige kommt doch auf dich zu und bittet dich um den Gefallen und du tust es dann doch, möglicherweise auch zähneknirschend immer wieder, dann lernt er oder sie, geht doch, da ist doch überhaupt keine Grenze. Du machst es dann doch immer wieder, wahrscheinlich sogar gerne, möglich. Und man wird dir auch ansehen, dass du es gerne anderen recht machst, dass du auch irgendwie Gefallen daran findest und so lernen Menschen, dass das völlig okay ist. Sie haben sogar vielleicht über die Zeit eine Art Gewohnheitsrecht und wären total überrascht und sind dann auch überrascht, wenn du ab jetzt hier Grenzen setzt. Wie das geht, da schauen wir gleich drauf. Aber mach dir klar, müssen es andere merken, nein, sie tun es oft nicht. Ganz wichtig beim Mindset für Grenzen setzen ist folgendes, bitte mach dir klar, du bist für die Gefühle anderer nicht zuständig und nicht verantwortlich. Ich habe gelernt, wir Menschen tragen zu drei Themen Verantwortung. Für uns selbst, für unsere Kinder und falls wir uns Haustiere angeschafft haben, auch für jene. Also wir haben Verantwortung für uns, für unsere Kinder und für unsere Tiere. Jeder erwachsene Mensch ist für sich verantwortlich und damit auch für seine Gefühle, für seine Probleme, für all das, was ihn oder sie beschäftigt. Es bedeutet, bitte höre auf, anderen Enttäuschung abnehmen zu wollen, anderen Frustration wegnehmen zu wollen, andere glücklich machen zu wollen. Schau erst mal, dass du glücklich bist, dass du das tust, was dir wichtig ist. Und ja, du darfst anderen Frustration zutrauen. Du darfst anderen Enttäuschung zutrauen. Wenn sich jemand täuscht, heißt das, er oder sie ist einer Täuschung seiner eigenen Gedanken unterlegen. Möglicherweise ist das noch so, weil du eine Grenze noch nicht definiert hast oder noch nicht etwas klar gemacht hast. Aber wie gesagt, du darfst es demjenigen oder ihr voll zutrauen, auch enttäuscht zu sein, auch mal traurig zu sein, ein Problem wieder ungelöst mitzunehmen und es entweder selbst zu bewältigen oder jemanden anderen zu fragen. Du darfst die Gefühle anderer bei ihnen lassen. Dafür bist du nicht zuständig. Bitte schau, dass du dich auf deine Gefühle und deine Welt konzentrierst. Alles andere ist übrigens auch ganz schön übergriffig. Ein Nein zu anderen heißt insbesondere ein Ja zu dir. Du schaffst dir durch deine Grenzen den Raum, der dir zusteht und in dem du dich gut bewegen kannst, in dem du in deine Stärke kommst. Und ja, du bist wichtig und wichtig genug, deinen Raum so groß zu schaffen, wie du ihn brauchst. Das steht außer Frage. Nochmal eine ganz andere Perspektive. Weißt du, vielleicht kennst du Menschen, die dauernd versuchen, es anderen recht zu machen und dies jedem erzählen. Die sind so nervtöten nach dem Motto, ach, das habe ich damals nur für die getan oder den Urlaub, den habe ich immer wieder verschoben wegen meines Teams. Ich habe immer nur das gekocht, was meine Kinder wollten und ich habe nie besonders auf mich beachtet. und es gibt einfach Menschen, die das auch dauernd erzählen, die sehr aufopfernd unterwegs sind, aber aus meiner Sicht dadurch auch echt nervtötend sind. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, die gut auf sich achten, die gucken, dass sie in ihrer Stärke sind, die sich gerne wohlfühlen und die auch anderen ganz klar machen, was für sie okay ist und was nicht. Das gibt mir auch Sicherheit mit diesen Menschen. Gib gerne Klarheit, gib Sicherheit, gib Orientierung und schau drauf, dass es dir gut geht. Dann werden sich andere gerne um dich schauen, wenn du die haben möchtest. Vorsicht, Gewohnheitsrecht. Stell dir mal vor, du hast für bestimmte Menschen einfach immer Dinge gemacht, die haben so eine Art Gewohnheitsrecht. Du hast es halt bisher mit dir machen lassen, du hast nichts gesagt, aber du warst still verärgert. Du hast vielleicht die Faust in der Tasche gemacht, du warst sauer auf sie und ich frage mich, ist es fair, dass du ihnen einfach nicht die Möglichkeit gegeben hast, zu wissen, dass sie Dinge mit dir tun, die dich verärgern. Sie wollen dich oft doch gar nicht sauer machen. Sie wollen dich nicht überladen. Viele Menschen wollen dich nicht irgendwie zu irgendwas bringen, was du nicht magst. Hast du ihnen bisher die Chance gegeben, das überhaupt zu wissen? Möglicherweise nicht. Und so finde ich es sehr, sehr fair, wenn du ab jetzt Menschen sagst, was dich verärgert und was nicht, denn die allermeisten Menschen wollen dir wahrscheinlich auch gefallen. Menschen, die dich mögen, wollen gut mit dir umgehen. Wir haben nicht die Menschen besonders lieb, die unfassbar viel für uns machen. Liebe ist unabhängig von dem, was Menschen für uns tun. Übrigens auch Expertise. Ich schätze sehr viele Menschen, die für mich leider überhaupt keine Zeit haben, die möglicherweise auch keine Ressourcen haben, um mich zu unterstützen. Ich schätze deren Expertise weiterhin und hoffe, dass ich bei denen irgendwie so ein kleines Fensterchen ergattern kann. Kürzlich habe ich einen Star-Architekten gefragt, wie er es schafft, Grenzen zu setzen. Und er sagte, für ihn war eine Erfahrung total wichtig, dass nämlich das wertvoller ist, was länger dauert. Am Anfang seiner Karriere, sagt er, hat er sich mit Kunden abends zusammengesetzt, hat sich deren Bedürfnisse angehört und währenddessen schon angefangen zu zeichnen. Und weil er dann auch drin war und er mochte denen ja auch ganz, ganz schnell Lösungen entwickeln, hat er die ganze Nacht durchgezeichnet und am nächsten Morgen hatte er grandiose Entwürfe für seine Kunden. Es stellte sich heraus, dass sie die Entwürfe toll fanden, aber ja dann irgendwie nicht so viel bezahlen wollten, weil das Ganze war ja in einer ganz kurzen Aktion entstanden. Und er sagte, heute gehe ich dazu über, für Kunden gerne einen Termin zu machen, ja vielleicht so in drei bis vier Wochen. Und dann dauern Entwürfe. Das dauert so zwei, drei Wochen, bis die dann beim Kunden sind. Und seitdem haben sie das Gefühl von, ja, das dauert, bis solche Entwürfe entstehen und Kunden sind bereit, viel mehr dafür zu zahlen. Das gilt wahrscheinlich auch für deine Expertise. In dem Moment, wo sie rarer wird, in dem Moment, wo du mal nicht schnell ruckzuck alles fallen lässt, um für sie ganz kurz etwas zu erledigen, dann wirst du und wird die Zeit mit dir wertvoller, weil sie rarer wird. Es gibt diesen netten Spruch, vielleicht hast du den auch schon gehört, willst du was gelten, mach dich selten. Damit muss man jetzt nicht unbedingt kokettieren, man muss sich jetzt nicht künstlich zurückziehen, aber es heißt, immer dann, wenn wir wirklich keine Zeit haben oder auch gerade nicht in der Kraft sind, etwas zu tun, dürfen wir Grenzen setzen, dürfen wir Nein sagen. Ist es okay, es jetzt nicht zu tun und vielleicht auch später zu schieben oder zu sagen, wann es möglich ist oder auch zu sagen, für mich ist das einfach gerade nicht drin. Ein Nein, bitte lerne das, ist oft wichtig, ist sogar wichtiger für deine Expertise, für dein Standing, für deine Wertschätzung von anderen dir gegenüber und ein Nein von dir ist kein Beziehungsabbruch. An dieser Stelle möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen von einer Mitarbeiterin aus dem Innendienst. Ich habe die im Talentprogramm kennengelernt vor einigen Jahren und sie erzählte, dass sie immer dazu neigte, bisher es allen recht zu machen und ihre Arbeit wird immer und immer mehr. Sie weiß, sie ist total geschätzt von den Kollegen und da gibt es einen Kollegen, der ruft sie immer wieder an und braucht was von ihr und sie ist mittlerweile so genervt, weil sie kommt überhaupt nicht mehr zu ihren Aufgaben, sagt aber auch, ja, der kommt ohne mich nicht weiter und der braucht ja meine Hilfe, Terry. Ja, wir haben dann im Coaching an ihrem Mindset gearbeitet, an guten Sätzen und vor allen Dingen an ihrem inneren Standing. Im nächsten Modul kommt sie zu mir und sagt, Terry, du wirst es nicht glauben. Als er letztes Mal wieder angerufen hat, da habe ich nach seinem Bedarf, den er genannt hat, gesagt, nein, geht leider nicht und in dem Moment, wo ich Gründe nennen wollte, warum es nicht geht oder auch an einen anderen Kollegen verweisen wollte, da sagt er doch einfach, okay, dann mache ich das selbst. Das darf doch nicht wahr sein, der war damit total fein. Der hat ihr das überhaupt nicht übel genommen und er hat sogar gesagt, ach, dann setzt er sich einfach selbst dran. Sagt so, wie kann es sein, dass ich immer dachte, ich muss dem helfen, sonst ist der sauer oder sonst wird er überhaupt nicht mehr weiterkommen. In dem Moment, wo ich einfach nur Nein gesagt habe, sagt er, er übernimmt das selbst. Diese Erfahrung machen sehr viele Menschen, die Grenzen setzen. Dass es überhaupt kein Beziehungsabbruch ist, dass die Menschen gegenüber total gut mit dieser Frustration, mit dieser Erfahrung, mit diesem Nein leben können. Dass es für viele eben keine große Enttäuschung ist, sondern die sehr gut damit leben können, wenn du mal sagst, das hier ist nicht in Ordnung oder damit bin ich nicht einverstanden. Und damit du anderen bald diese Klarheit geben kannst und dir diesen Raum schaffen kannst, machen wir jetzt mal diese drei Schritte. Zunächst heißt es, Grenzen zu definieren, Grenzen zu kommunizieren und auch Konsequenzen anzukündigen und notwendigerweise durchzuziehen, wenn überhaupt notwendig. Fangen wir an beim Grenzen definieren. Schau dir mal bei deinem Job an. Was möchtest du? Was kannst du tun? Was möchtest du in Zukunft übernehmen? Was ist das, was möglich ist? Überlege dir im privaten Umfeld, wie möchtest du, dass Menschen mit dir umgehen? Schau in deinem Haushalt, wenn du den Haushalt mit Menschen teilst. Was sind Rahmenbedingungen, die für dich gut funktionieren? Was ist deine Aufgabe? Was sollten die Aufgaben von anderen sein? Was geht für dich? Was geht nicht? Um was darf man dich bitten? Was auch nicht. Wenn zum Beispiel Freunde mit dir sprechen, wenn dein Nachbar mit dir spricht, was ist das, was dir Freude bereitet? Was gefällt dir nicht? Und übrigens, schau nicht unbedingt, was für andere okay ist oder was andere mit sich machen lassen, sondern es reicht, dass du sagst, das mag ich, das mag ich nicht. Diese Grenzen zu definieren und damit vor allen Dingen deinen Raum zu definieren, das, wozu du Ja sagst. Darum geht es beim Grenzendefinieren. Lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie du Grenzen kommunizieren kannst. Und das kannst du sowohl proaktiv als auch reaktiv tun. Dazu möchte ich dir jetzt hier einige Beispiele mit an die Hand geben. Wenn du zum Beispiel im nächsten Teammeeting bist, dann formuliere doch an die Kollegen, wie ab jetzt mit bestimmten Dingen umgegangen werden soll. Also, mit welcher Software möchtest du, das ab jetzt gearbeitet wird? Was bedeutet es, wenn jemand nicht vorbereitet ist? Was findest du fair? Was findest du gut? Was findest du nicht gut? Es könnt ihr auch gerne diskutieren und Verabredungen miteinander treffen. Auch am Küchentisch. Was macht dir Freude mit Menschen zusammen zu essen? Was ist dabei okay? Was ist nicht okay? Was wünschst du dir von anderen? Auch am Telefon. Sag doch schon im Vorfeld übrigens, ab jetzt kann man mich folgendermaßen erreichen und dann eben nicht. Sag anderen Menschen, mir ist ab jetzt wichtig, das, worum ich euch in Zukunft bitten möchte. Kannst du mir den Gefallen tun, ab jetzt? Also, geh proaktiv auf Menschen zu und sag ihnen, was ab jetzt für dich im Rahmen ist. Können wir uns darauf verständigen, das? Und die allermeisten werden dir wahrscheinlich sehr gerne entgegenkommen. Das Ganze kannst du natürlich auch schriftlich tun, zum Beispiel in deinem E-Mail-Anhang. Es gibt Menschen, die schreiben da rein, wann sie telefonisch erreichbar sind und wann, Klammer auf, nicht mehr, über welche Social-Media-Kanäle sie erreichbar sind und bei welchen sie einfach nicht antworten, wann und wie sie noch Arbeit entgegennehmen können und wann eben nicht mehr, wie die Deadlines sind. Sie schreiben das entweder in den E-Mail-Anhang oder immer aktiv in der E-Mail, was möglich ist und was nicht. Übrigens, wenn du anderen formulierst, dass du jetzt gerne etwas anderes hättest, dass du sie bittest, anders mit dir umzugehen oder dass du das auch von ihnen verlangst, dann musst du das nicht begründen, sondern sage ihnen einfach, welches Verhalten du jetzt gerne hättest, Punkt. Probier es mal ohne Begründung und du wirst sehen, in den allermeisten Fällen wirst du keine brauchen. Es reicht, dass du die Menschen dabei anguckst mit einem klaren Blick, der klar macht, das möchte ich ab jetzt, das ist mir wichtig. Schauen wir mal reaktiv. Also da ist möglicherweise jemand über deine Grenzen gegangen, er hat dich gerade verärgert, indem er eigentlich hätte merken müssen, dass dir das nervt, dass das zu viel ist, dass das nicht in Ordnung ist. Jetzt habe ich so ein paar gute Sätze für dich. Zum Beispiel, das gefällt mir noch nicht, ich möchte das gerne anders haben, ich möchte das nicht übernehmen oder ich kann das leider nicht übernehmen, ich kann das nur übernehmen, wenn. Damit bin ich nicht ganz einverstanden oder auch damit bin ich nicht einverstanden. Da möchte ich eine Nacht drüber schlafen. Das muss ich noch mal kurz checken, ich melde mich. Also manchmal neigst du nämlich vielleicht dazu, schnell Ja zu sagen und bevor das passiert, sagst du vielleicht, weiß ich noch nicht, ob ich das kann, ich melde mich und dann nimm dir Zeit, drüber nachzudenken, in deine Stärke zu kommen, dein Mindset aufzubauen, du weißt, du darfst anderen Nein sagen, du darfst aushalten, dass Menschen enttäuscht sind, wenn dir das klar ist, schaffst du es möglicherweise auch noch kurzer Zeit, dich zu melden und dann zu sagen, das schaffe ich nicht mehr bis zu meinem Urlaub oder nein, dafür bin ich nicht zuständig, nein, ich habe gemerkt, dafür habe ich keine Ressourcen mehr oder kann ich nur übernehmen, wenn. Also in dem Moment, wo dich Menschen zulabern, sag ihnen doch gerne, sorry, das wird mir hier zu viel, ich brauche jetzt meinen Freiraum oder darüber möchte ich jetzt nicht nachdenken und ja, wenn Menschen dich weiter zulabern, ich kenne diese Menschen, die hören dann einfach nicht auf, wo du das Gefühl hast, die sind auch gar nicht mehr in Resonanz mit dir, die wollen nur abladen, da, nachdem ich zwei, dreimal klargemacht habe, dass ich mir das nicht anhören möchte oder ein anderes Thema, drehe ich mich rum und gehe, aber da sind wir ja auch schon beim Thema Konsequenzen. Lass uns auf Körpersprache schauen, also ich habe dir eben so ein paar Sätze mitgegeben und das Wichtige ist, also angenommen, du bist in einem Meeting und du sagst einfach, das gefällt mir noch nicht und machst gleichzeitig gute Miene dazu, sind andere vielleicht irgendwie verwirrt und fragen sich, meinst du das wirklich so? Deswegen ist es so wichtig, dass deine Körpersprache eben zur Sprache passt. Es ist eben mehr als Rhetorik, wenn du Grenzen setzt. Es muss, dein Mindset muss klar sein, es muss dir wichtig sein, du musst dir wichtig genug sein und dann ist es hilfreich, wenn deine Körpersprache das auch noch unterstützt. Zum Beispiel, indem du in dem Moment die Arme verschränkst und dich zurücklehnst, wo du mit etwas nicht einverstanden bist, wo du sichtbar den Kopf schüttelst, wo du vielleicht bei einer Person auch echt mal einen Schritt zurückgehst, ganz körperlich oder wo du dir auch Zeit nimmst, einfach vielleicht mal sagst, naja, in dem Moment, wo du dir Zeit nimmst, bekommst du Gehör. Eine tiefe Stimme kann dabei auch helfen. Ein echter Geheimtipp, bitte achte darauf, nicht zu lächeln. Du möchtest hier ernst genommen werden, also heißt es, du musst auch ernst gucken. Lächeln ist verboten. Und ich weiß manchmal, manche Menschen, die wollen es immer noch an dein Recht machen. Es tut manchen so weh, andere zu enttäuschen und deswegen wird dieser Druck, dieser soziale Druck oft so weggelächelt, aber dein Weglächeln dieser sozialen Situation hilft dem anderen gar nicht. Es ist vielleicht nett für dich in dem Moment oder es ist nett dieser Person gegenüber, aber du wirst wieder nicht ernst genommen und eigentlich ist deine Message gegenüber dem anderen verfälscht. Er oder sie wird wieder nicht merken, dass du es ernst meint und er oder sie weiß wieder nicht, woran er ist. Ein Profitipp an der Stelle, statt Nein zu sagen, also was gefällt dir nicht oder was möchtest du so nicht haben, was kannst du nicht übernehmen, kannst du natürlich auch sagen, was geht oder wann es geht. Ich habe da echt verrückte Erfahrungen gemacht. Also Menschen haben mich gefragt, könntest du bis Freitag Tralala liefern? Und ich habe gesagt, nee, bis Freitag ist überhaupt gar nicht möglich. Ich kann es euch anbieten bis Ende August. Ich weiß, das ist nach den Ferien, aber vorher habe ich keine Zeit. Und ich war total überrascht, dass sie sagen, ach, bis Ende August geht dann auch. Meine Erfahrung ist, Menschen, die etwas von dir wollen, die etwas schnell wollen, die wollen das deswegen schnell, weil sie es aus dem Kopf haben wollen. Wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, es zu erledigen und dich selbst darum zu kümmern, das Thema zu treiben, dass es nicht runterfällt, sind viele total damit einverstanden, wenn es später, Klammer auf sogar, viel später passiert. Oder nenn andere Ansprechpartner. Nach dem Motto, ich bin da nicht die Richtige, aber ich habe da Max Müller für dich. Ich habe da vielleicht auch eine Telefonnummer. Also manchmal sprechen die vielleicht auch Menschen auf ein Thema an, wo du sagst, boah, also mich da einzuarbeiten, das ist total der Wahnsinn. Und du sagst jetzt nicht einfach nur, nee, das geht nicht, sondern du sagst, hm, also mein Spezialgebiet ist eher da und da, ich könnte dir X oder Y anbieten. Und schau mal, wie viele Menschen genau das dann von dir möchten, was dir Freude bereitet, wo deine Expertise ist und was dir leicht fällt. Also Profitipp beim Nein sagen, sag zu, was du gerne ja sagst, gerne möchtest und was du anbieten kannst. Wir haben jetzt schon Grenzen definiert, wir haben sie jetzt auch schon kommuniziert und möglicherweise werden die jetzt nicht gleich eingehalten. Vielleicht auch, weil Menschen ja auch diese Gewohnheit haben, es mit dir machen zu können und es bisher nicht so ernst nehmen. Deswegen geht es jetzt darum, Konsequenzen zu setzen. Also angenommen, du hast Grenzen definiert und du hast sie auch kommuniziert. Hast zum Beispiel gesagt, ich werde Samstag nicht mehr ans Telefon gehen. Liebe Kollegen, wenn ihr Arbeit habt, die bis Montag erledigt werden muss, dann müsst ihr die bis Freitag bis 15 Uhr einsenden. So, jetzt ruft der Kollege trotzdem wieder Samstag an. Was machst du? Wichtig ist, dass du im Vorfeld gesagt hast, was passieren wird bei einem Grenzübertritt. Also zum Beispiel hast du gesagt, und falls ihr mich samstags trotzdem anrufen werdet, werde ich einfach nicht mehr rangehen. So, falls ihr dein Spülkram nicht selber in die Spülmaschine räumt, wird der auf eurem Tisch stehen bleiben. Und jetzt ist es wichtig, das durchzuziehen. Die Selbstdisziplin beim Thema Konsequenzen ist das A und O. Nicht tun, nicht reagieren, zieh durch, was du dir vorgenommen hast. Und glaube mir, das ist für die anderen gar nicht so schmerzhaft, wie du vielleicht denkst. Es ist möglicherweise für dich viel schmerzhafter als für allen anderen. Zeig keine gute Miene, sei jetzt nicht tapfer und mach es jetzt irgendwie nochmal und ärgere dich, sondern zieh die Konsequenz durch. Geh eben an dem Samstag nicht ans Telefon. Natürlich gibt es noch, wenn du einmal noch super, super, super nett sein musst, die Möglichkeit, ein allerletztes Mal samstags ans Telefon zu gehen, aber anstatt es dann einfach zu übernehmen, hältst du demjenigen eine Gardinenpredigt und sagst, pass mal auf, wie bereits besprochen, werde ich samstags nicht mehr ans Telefon gehen. Das hier ist das allerletzte Mal und ja, ich werde das vielleicht jetzt noch ein einziges Mal für dich übernehmen, aber ab nächsten Samstag stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Also, mach klar, Konsequenzen, die müssen angekündigt werden, Konsequenzen dürfen noch einmal erinnert werden und danach geht es darum, Konsequenzen durchzuziehen. Nicht mehr reagieren, Spülkram bleibt stehen. Deadlines verstreichen. Für andere Dinge werden Rechnungen gestellt. Der Videocall wird abgebrochen. Ein Lieferant wird wieder nach Hause geschickt. Eine Rechnung, die noch zu bezahlen ist, wofür aber noch nicht alles erledigt ist, wird noch nicht bezahlt. Du ziehst Konsequenzen immer dann, wenn deine Regeln nicht eingehalten werden. Das Gute bei den Konsequenzen ist, dass in dem Moment, wo du klar definiert hast, was du von anderen möchtest, du das klar formuliert hast, wirst du sie oft überhaupt nicht brauchen, weil andere endlich Klarheit haben. Dabei hilft es, wie gesagt, zu wissen, wie man Grenzen definiert, wie man sie klar kommuniziert und vor allen Dingen, dass es so wichtig ist, sich das richtige Mindset dafür aufzubauen. Also, dass du merkst, du bist wichtig genug. Deine Augen drücken das ab jetzt aus. Deine Haltung drückt es ab jetzt aus. Dein Ton, jeder Satz, den du formulierst, ob in einer E-Mail oder aber auch im persönlichen Gespräch, macht klar, du meinst das ernst. Und du hast nichts gegen die Person dir gegenüber, sondern etwas gegen ein bestimmtes Verhalten. Schaff dir dadurch den Raum, der für dich wichtig ist. Lass dich also ab jetzt positiv überraschen, darin, wie andere dir entgegenkommen. Ich bin total gespannt, jetzt nicht nur von meiner Talent-Dame von damals zu hören, sondern bald auch deine Geschichten erzählen zu dürfen. Wenn du möchtest, sehen wir uns in ein paar Tagen, nämlich am Montag, den 21. November um 19 Uhr auf Insta. Da mache ich ein Insta-Live zu dieser Podcast-Folge und natürlich geht es um das Thema Grenzen setzen und Nein sagen. Für aktuelles oder auch die Morning-Show Aufstehen mit Terry, die von Montag bis Freitag läuft und eben das Insta-Live, gehe einfach auf Instagram und folge Terry mag seiner Official. Du kannst mir Fragen schreiben, wenn du für irgendwelche Situationen Tipps brauchst, dann werde ich diese in diesem Insta-Live beantworten. Und lass mich auch gerne wissen, was dir beim Thema Mindset besonders geholfen hat. Also ich bin auf deine Kommentare gespannt und besonders würde ich mich über eine Rezension von dir freuen, sei es im Podcast oder auch auf YouTube. Bitte lass von dir hören, mach den Daumen hoch, lass mich Sterne sehen. Ich freue mich, wenn ich von dir hier unterstützt werde. Hoffentlich sehen wir uns am Insta-Live in wenigen Tagen am 21. November. Ich freue mich um 19 Uhr, wenn wir uns sehen. Hab eine gute Zeit, achte gut auf dich, schaff dir deinen Raum und zeige Grenzen auf, wo notwendig. Gemeinsam gestalten wir die Welt. Saat업endatetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet